Umrüstung von Schlauchbetrieb, also Reifen mit Schlauch innen drinnen, auf tubeless. Auf was ist zu achten? Was habt ihr für Vorteile auch? Tubeless grundsätzlich die Vorteile kommen eigentlich, wenn man sagt, ich bin viel Gelände unterwegs, spitze Steine natürlich, Holzstückchen und habe immer wieder mal einen Patschen, muss den Schlauch wechseln. Tubeless bietet einerseits den Vorteil natürlich ein bisschen eine höhere, eine wesentlich höheren Pannensicherheit und natürlich auch ein geringeres Gewicht. Bedeutet, der Schlauch muss raus, es kommt stattdessen eine Dichtmilch rein, das heißt die Dichtmilch ist dann die, die was das ersetzt, die was man das Ganze dicht macht. Ungefähr 0,1 pro Reifen. Kann natürlich, wenn der Reifendicke ist ein bisschen mehr sein. Wichtig ist, der Reifen muss tubeless ready oder tubeless easy. Das ist sogar ein TLE, tubeless easy oder, da geht es sehr leicht, oder tubeless ready sein zumindest. Ein Drahtreifen, also ein nicht faltbarer Reifen ist nicht ausreichend dafür. Und wie gesagt, man braucht ein eigenes Ventil, das Ventil muss dichten und natürlich muss auch das ganze Felgenband dichten. Das heißt, hier braucht man dann ein eigenes, innen drinnen ein eigenes Felgenband, damit es dicht ist. Somit die Vorteile kurz erklärt. Ich sage, beim ersten Mal ist es nicht ganz einfach, aber vielleicht ist es einen Versuch wert. Diese Dinge braucht man. Wir helfen natürlich gerne beim Umrüsten, wir machen das gerne. Wie gesagt, in Kombination, meistens braucht man neue Reifen und die Dichtmilch eben neue Ventile. Und dann läuft das gut, dann ist die Pannensicherheit hergestellt. Wenn Ihnen das Video grundsätzlich gefallen hat und das ein oder andere Tipp dabei war, dann freue ich mich über Ihren Daumen nach oben. Ich sage schon jetzt Danke dafür. Kanal abonnieren. Wir bringen immer wieder neue Videos und neue interessante Tipps zum Thema E-Bike hier in den Kanal. Und sonst, wenn wir Sie unterstützen dürfen, wir haben auch eine wunderbare Werkstatt mit höchst kompetenten Mechanikern, dass wir Sie unterstützen sollen, wenn Sie vor Ort sind. Kommen Sie gerne zu uns, Firma Red Blades in der St. Pöldner Maria-Zeller-Straße. Ihr Florian Voracek. Hirsch. Informationen